Ja, wenn es ums Thema Menschen geht, dann fotografiert man ja nicht immer nur eine Person. Manchmal fotografiert man auch mehrere oder hat jemanden, wo man sagt, hey, ich will ein Foto mit dir zusammen machen oder mal eine Gruppenaufnahme. Dann, klar, Selfie. Das heißt, Kamerawechsel. Guck mal, Marco drauf, switch mal die Kamera so rum. Und jetzt habe ich uns beide drauf und jetzt würde ich mal empfehlen, komm, lass uns mal ein Stück zurückgehen, dass wir nur einen Himmel haben, soweit es geht. Und, warte, ich löse aus. So, ein bisschen rüber, so. Die Sache ist ja mal beim Selfie machen, ich gucke immer aufs Display. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich nicht schwierig, wenn man weiß, dass man in die Kamera gucken muss, dann ist es einfach. Aber die Dinger sind manchmal so verbaut, dass man die schon gar nicht mehr sieht. Also, warte mal, ich muss mal ganz kurz putzen. Das Ding ist dreckig. Würde ich euch empfehlen. Mal kurz putzen. So, da ist die Kamera, da. Da gucken wir rein. Und, das ist bei Fotos gemeinsam machen, ist es manchmal schwierig, finde ich, weil man irgendwie das Gefühl hat, man drängt sich nach vorne in den Vordergrund. Aber man hat ja die Kamera. Man müsste ja ein bisschen gucken, dass man so auf der gleichen Höhe ist. Und jetzt, und, Foto, gucken wir es mal an. Juhu, voll übel, gar nicht schön. Also, ich zumindest. Kann man besser machen. Und zwar, indem man es ein bisschen weiter weg streckt. So, ich mache nochmal, eins, zwei, drei. Was ich halt mag, ist diesen, mit einem Selfie-Stick. Selfie-Stick helfen einfach, dass das Ding länger wird. Ich habe keinen Selfie-Stick dabei. Ganz ehrlich, ich verwende die ganz selten, so gut wie nie. Weil, ja, so ein Ding mitzupacken, klar, man kann die ausziehen, aber die brechen auch sehr schnell. Und bei mir geht es sehr viel kaputt. Deswegen setze ich jetzt hier einfach mal den Timer auf. Ich versuche mal, drei Sekunden ist zu kurz für mich. Ich mache mal zehn Sekunden. Und jetzt habe ich einen eigenen Selfie-Stick, und zwar meinen Arm. Und ich finde den Effekt auch ganz cool, wenn der Arm drin ist. So, hat der Kopf so? Viel besser. Brauche ich keinen Selfie-Stick, habe ich einen Arm. Einfach den Timer mal auf zehn Sekunden setzen. Oder drei Sekunden, wenn ihr ein bisschen flinker seid wie ich. Ich bin da ein bisschen langsam. Ja, so hätten wir zumindest ein Foto von uns beiden. Kennt man. Solche Bilder kennt man. Ist okay. Das sind meistens Erinnerungsbilder. Ich finde die ein bisschen cooler, wenn man die ein bisschen pimpt, die Bilder. Komm mal her. Geh mal hier rüber. Voll befehls tun. Komm mal her. Wenn die Kamera nicht mehr läuft, darf ich nicht mehr so reden. Dann ist es finito. Was mir sehr gut gefällt ist, wenn die Kamera auf dem Boden liegt. Und man hat ja jetzt eh schon diese Zeitautomatik drin. Von zehn Sekunden. Das heißt, wir beugen uns jetzt nach vorne. Irgendwie die Hände halten oder irgendwas. Da kann man sich kreativ austoben. Ich drücke jetzt hier mal drauf. Oh, hätte ich nicht machen sollen. Ich fokussiere jetzt. Beug dich mal vor, bitte. So. Ich fokussiere jetzt Alex ihr Gesicht. Was der Fall sein wird. Und es ist wahrscheinlich meistens, dass man sehr dunkel ist. Das Problem haben wir jetzt aktuell. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Nicht mein größtes Problem. Wir halten mal die Hände oder machen einfach so, hey, fünf Sekunden und dann. Okay, Bild ist gemacht. Wir schauen uns mal an. Wahrscheinlich gucke ich eh wie ein Duppel. Sehr, sehr dunkel. Warum? Naja, wir haben ja von unten kein Licht, was nach oben kommt. Das ist ja, das ist totale Wiese. Was reflektiert hier schon? Vielleicht habt ihr Glück und ihr seid irgendwo draußen auf einem Asphalt, auf einer Straße, die so ein bisschen gräulich sind oder ich habe wirklich mal weiße Fliesen oder so einen Schlossplatz, die haben auch oft weiße Fliesen, keine Fliesen, weiße Steine, dann reflektiert das Licht ein bisschen mehr. Ich simuliere das Ganze mal, wie der Marco sagen würde, ich hab da mal was vorbereitet. Wir nehmen jetzt mal hier diese Schaumstoffplatte, weil die reflektiert ja jetzt etwas mehr. Wir legen die mal hier hin, einfach das Handy, ganz banal. Kommen wir nochmal rüber. So. Wie gesagt, ihr müsst jetzt keine Schaumstoffplatte mit überall rumschleppen, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Seht ihr das? Seht ihr mich? Wie ich jetzt schon aufgehellt bin. Wie hell ich jetzt bin. Ich gehe mal rüber. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber hier, wie hell ich bin und das macht das Ganze viel, viel besser. Ich fokussiere jetzt mal mein Gesicht. So. Und wir kommen mal ein bisschen näher. Kommen du auch mal auf die Seite rüber. Wir machen jetzt ohne Hey. So einfach den Kopf runter. So. Noch weiter runter, soweit es geht. Und jetzt löse ich aus. In der Bildbearbeitung kann man da noch einiges rausholen, aber das Bild. Wow. Das Gesicht ist jetzt eh ein bisschen zerdrückt bei mir. Schatz, du machst das super. Marco, komm mal dazu. Wir machen das mal zu dritt. Schön nach vorne beugen. Brauchst du jetzt nicht mit filmen. Da läuft jetzt eh die Kamera. Wir machen ein Dreieck. Und ich setze das Ganze jetzt mal von 10 Sekunden auf 3 Sekunden. und nochmal. Wir können auch den Kopf ein bisschen drehen. Nochmal eins. Hey, ohne Witz. Ohne Witz. Die Bilder, die finde ich, die flashen richtig. Das sind für mich Bilder, die finde ich, die ziehen viel mehr klar. Wenn man irgendwie an einer tollen Location ist, dann will man die Location mit fotografieren. Auf jeden Fall, wenn es nicht geht mit Selfie-Stick. Amsonsten Zeitautomatik weiter strecken. Dann kriegt ihr viel, viel mehr Hintergrund drauf. Und amsonsten Gruppenbilder in diesem Style. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen bearbeite, dann sieht das aus wie so ein CD-Cover. Mega fett. Ich freue mich schon auf die Bearbeitung. Dieses Gruppenbild möchte ich jetzt in Lightroom Mobile entwickeln. Was ich super gerne mag an diesen Bildern. Und zwar ist, egal wie rum ich das Bild drehe, es sieht immer irgendwie okay aus. Immer cool. Also es hat immer eine andere Wirkung. Jetzt komme ich in den Fokus. Jetzt die Alex. Jetzt der Marco. Finde ich super spannend, wenn man einfach so ein Bild ein bisschen drehen kann. Die wirken von allen Seiten. Also das ist ein ziemlich cooler Gag. Das Bild an und für sich, ihr habt ja gesehen, wie es fotografiert wurde. Und jetzt möchten wir es mal begutachten oder eher gesagt beurteilen im Nachhinein. Und ja, was halt allerdings ist, ist, dass wir sehr blass sind. Dass die Sättigung fehlt. Es ist halt einfach ein bisschen flauer wie sonst. Und hinten der Himmel, der ist nicht ganz weiß. Ja, ihr habt ja gesehen, wie es fotografiert wurde. Die Belichtung ist nicht zu 100%. Aber das können wir hier problemlos lösen. Wir gehen dazu erst einmal in die Helligkeiten. Und ich möchte jetzt hier die Belichtung etwas anpassen. Wie gesagt, wir waren einfach ein bisschen zu dunkel. Und jetzt sind wir wieder hell. So finde ich das besser. Hier würde ich jetzt nichts mehr anpacken. Vielleicht nachher vielleicht. Was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen die Sättigung anzupassen. Und das mache ich, indem ich hier in die Farben reingehe. Und die Dynamik jetzt anhebe. Ich könnte auch die Sättigung anpacken. Dann wird es auch farbenfroher. Das Schöne an der Dynamik ist, die schwachen Farben werden einfach verstärkt. Das ist ein schöneres Ergebnis, als einfach die Sättigung anzuheben. Für meinen Geschmack mache ich das so, dass die Dynamik stärker angepackt wird. Und im Gegenzug reduziere ich die Sättigung dezent. So, jetzt schauen wir mal, wie es aussah, bevor wir es entwickelt haben. So, sehr dunkel. Fast ein Bild, was man wegschmeißen könnte. Wobei es ging noch. Aber nach der Entwicklung sehr farbenfroh. Die Farben kommen wieder. Finde ich super. Als nächstes können wir wieder in die Helligkeiten reingehen. Und da werde ich das Ganze jetzt mal so entwickeln, dass es ein bisschen HDR-lastiger wird. Das heißt, die Lichter schieben wir so ein bisschen mehr nach rechts. Die Tiefen können wir ein kleines bisschen aufkitzeln. So minimal. Und im Gegenzug werde ich jetzt das Weiß auch noch etwas erhöhen. Dann haben wir ein schönes strahlendes Weiß drin. Fast als wäre es von einer weißen Studiowand fotografiert worden. Finde ich super. Okay. Als nächstes würde ich jetzt die Schärfe noch mal ein bisschen anpacken. Dazu zoome ich mal hier herein auf die Augen, ins Gesicht. Und die Schärfe packe ich jetzt mal an. Radius mal so auf 0,5 oder 1. Da brechen jetzt die Pixel aus. Ist nicht mehr ganz so schön. Wobei es ist ja jetzt keine Schärfe wie von einer richtigen teuren Kamera. Das ist eine Handy-Qualität, wo wir haben. Deswegen können wir jetzt nicht so viel erwarten bei der Schärfe. Also da muss man Kompromisse eingehen. Aber ich finde den Effekt dennoch sehr cool. Als nächstes würde ich die Klarheit anpacken. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen so einen kleinen Effekt reinkriegen. Oh, ist falsch angepackt. Ein Doppelklick auf den Kreis, dann geht es wieder zurück. So, HDR. Ja, aber ich merke gerade, wenn ich HDR anpacke, dann wird es wieder sehr flau. Daher ist die Frage, lohnt sich das? Es lohnt sich nicht. Manchmal kennt man Regler, wo man weiß, die ergeben einen coolen Effekt. Aber die funktionieren nicht immer. Zumindest nicht bei jedem Bild. Aber im Großen und Ganzen möchte ich mal sagen, die Entwicklung von hier zu dem finde ich ziemlich cool. Wir haben noch weitere Motive. Die haben wir gemacht, nachdem die Kamera aus war. Einfach, um das besser zu machen. Und da werde ich jetzt mal die Einstellung für hier kopieren. Also hier drauf, auf diese drei Punkte, Einstellungen, Kopieren. Ja, das alles will ich haben. Sag okay. Und jetzt gehen wir mal rüber. Suchen uns nochmal ein paar coole raus. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch okay. Das war schon entwickelt. Mal gucken, wie es jetzt mit meiner Entwicklung aussieht. Ja, fast besser als vorher. So, gehen wir mal weiter, weiter. Ich bewerte Bilder nach Gefühl. Ich muss das fühlen, ob die gut sind. Das war von der Aufnahme noch. Das gefällt mir auch noch ganz gut. Da muss ich auch mal einfügen. Ja. Und das hier, das war auch vom Training. Auch mit dem gleichen Look. Gefällt mir auch sehr gut. Von daher auch eine lustige Variante, mal Porträts zu erstellen. Aber da sind auf jeden Fall ein paar coole Motive dabei. Bye. Das war's für heute.